Apollo Radio Eigenschreibweise Apollo Radio ist ein privater Hörfunksender aus Sachsen, der seit November 2004 auf Sendung ist. Betreiber sind die Veranstalter der übrigen kommerziellen UKW-Rundfunkketten in Sachsen, RegioCast, BCs und Energy Sachsen. Sendegebiet Apollo Radio strahlt in den sächsischen Städten Leipzig, Dresden und Chemnitz ein 24-Stunden-Sparten-Programm mit einer Mischung aus klassischer Musik, Filmmusik, Soul und Jazz aus. In Chemnitz, Leipzig und Dresden teilt sich Apollo Radio seine Frequenzen mit lokalen, nicht kommerziellen Radios. Die werkt täglich zwischen 18 und 23 Uhr am Wochenende sogar von 12 bis 24 Uhr senden. In Chemnitz ist täglich eine Stunde der Hochschulsender Radio Uni CC, danach das Bürgerradio Radio T auf der Frequenz von Apollo Radio zu empfangen. In Leipzig teilt sich Apollo Radio wiederum mit Radio Blau drei Frequenzen und in Dresden mit dem freien Radiosender Coloradio zwei Frequenzen. Die Frequenzen haben eine nur geringe Reichweite, so dass pro Stadt teilweise Füllfrequenzen eingesetzt werden müssen. Apollo Radio ist außerdem als Livestream empfangbar. Funkhaus Produziert wird das Programm im Ammonhof in Dresden, wo ebenfalls Hitradio RTL und Radio Dresden ihren Sitz haben. Programm Das Programm ist zwischen Montag und Freitag am Tagelive moderiert, unterliegt jedoch einem Voice-Trekking-Tenor mit sehr geringem Wortanteil. Apollo Radio sendet nach einem wöchentlichen festen Sendeschema. Die Sendungen unterscheiden sich teilweise musikalisch-inhaltlich aber kaum voneinander. So wird meist im halbstündlichen Wechsel klassische und jazz- oder jazznahe Musik gesendet. Abweichungen gibt es in einer täglichen Sondersendung zwischen 10 Uhr und 10,30 Uhr sowie in den Sendungen Gassbranche, Klassik am Mittag, Zollnachtisch, Blaue Stunde und Gensüden. In der Sendezeit, in der in Dresden, Chemnitz und Leipzig die Freien Bürgerradios aufgeschaltet werden, wird via Livestream ein Klassik- und Jazzmusikprogramm nach Standardschema gesendet. Die Nachrichten stammen von der BLR, die Kirchenbeiträge aus der Kirchenredaktion von Radio PSL wie auch der BCS. Besonderheiten Apollo Radio ist trotz des kommerziellen Status nahezu werbefrei. Es dient ähnlich wie Radio Top 40 in Thüringen hauptsächlich dazu, freie UKW-Frequenzen in Sachsen mit einem Programm zu füllen und somit Konkurrenz für die übrigen privaten Hörfunksender in Sachsen auszuschließen. Das erklärt auch die Beteiligung aller kommerziellen sächsischen Radiosender an Apollo Radio. Apollo Radio erhielt die Frequenzzuteilung unter der Auflage, 49 Stunden Sendezeit dem Freien Bürgerradio einzuräumen.